Wie kann ich dir helfen? Ich will dir jemanden vorstellen. Sag Hallo, Romy. Hallo, Romy. Romy hat alles unter Kontrolle. Sie können überall im Haus mit ihr sprechen. Hallo, Romy. Hallo, Maddy. Was kann ich für dich tun? Ich bin in einigen Tagen wieder hier. Alles okay? Die Urinanalyse zeigt Spuren von Stimmungsstabilisierern und eine volle Dosis Antidepressiva. Was? Romy, Licht an. Romy, ruf ihn aus. Romy, ruf ihn aus. Ich sage Ihnen, hier ist jemand bei mir im Haus. Optische Täuschung. Eine Reflexion. Sind Sie sicher, dass sie, keine Ahnung, stabil ist? Romy, schalte das Licht im Bad an. Wir sollten nicht so bestürzen. Vielleicht geben Sie dem Haus irgendwas, das ihm nützlich ist und umgekehrt. Das ist ein freundliches Haus, glauben Sie mir. Verstehen und bitte hier. Drei. Das ist schön. Wenn du viertel-Kincene sattet, ist ein kleines sneakern.